Hallo, mein Name ist Lukas Huttner und ich bin der erste Vorstand der AMATI IQUITES. Wir sind ein Ritterverein aus Weißenhorn und führen seit 1997 auf Veranstaltungen, hitzige Showkämpfe und mystische Feuershows auf. Aber auch historische Tänze gehören zu unserem Repertoire und für die Kinder haben wir Erderturniere zum Mitmachen. Und an diesem wunderbaren Ort hier wollen wir vom 3. bis 5. Mai in Kooperation mit den Neubürgern Vereinen hier auf diesem Platz mit Handwerkern, Händlern, Künstlern, Gauklern, allerlei Speis und Trank, die historischen Festtage Neubürg an der Kammel stattfinden lassen. Und das Highlight unserer Veranstaltung ist die historische Sammlung von Thilo Eder, die uns durch mehrere Epochen führt. Die historische Sammlung von Thilo Eder, die auf der Kammel stattfindet. Und das Highlight unserer Veranstaltung ist die historische Sammlung von Thilo Eder. Bis zum nächsten Mal.